Mein heutiger Gast ist aus Österreich, genau aus der Steiermark und sie hat mir eben schon gesagt, dass sie anders ist. Und wenn man das Cover sieht von den Songs, es geht um Liebe, dann ist sie wirklich anders, dann steht EsiNet Repolus. Und jetzt steht sie neben mir. Hallo liebe Lars. Natürlich ist EsiNet nicht dein Name, man muss es nur rückwärts lesen und dann kommt was anderes raus. Genau, und zwar Denise. Ja, die Denise steht gerade neben mir. Wir sind jetzt nämlich gerade hier beim Honky Tonk in Oberndorf, ist bei Salzburg in der Nähe. Ist heute schon, glaube ich, dein dritter Auftritt, ne? Ja, genau. Ist man immer noch aufgeregt, wenn man es schon zweimal vorher gemacht hat? Ein bisschen aufgeregt ist man immer. Aber es geht, ne? Wenn man nur einmal auf der Bühne steht und den ersten Song oder den ersten Ton gesungen hat, dann geht es doch vorbei. Also meistens nach dem Soundcheck ist die Nervosität schon ein bisschen weg und dann freut man sich eigentlich nur noch auf den Auftritt. Jetzt sind wir ja unmittelbar vor den Auftritt. Geht es jetzt einigermaßen? Ja, es geht mir gut. Die ersten Fans. Und die sind auch wirklich auch schon da, denn, wir müssen sagen, am Freitag war die erste VÖ. Du warst da ziemlich aufgeregt. Ich glaube, das ist aufregender als so ein Auftritt, ne? Wenn so ein Song rausgeht. Es geht um Liebe, ist ja der aktuelle Song. Ja, ich war ziemlich aufgeregt, vor allem, weil ich gespannt war auf die ganzen Reaktionen und auf die Kommentare zu meinem Song und vor allem zu meinem Musikvideo. Und wie waren die Kommentare? Ja, sie waren sehr nett. Ganz viele alte Bekannte haben mir Fotos geschickt während dem Autofahren, wo sie mein Lied hören oder dass sie es schon downgeloadet haben. Also die Kommentare waren wirklich sehr nett. Ich habe auch wieder viele Kontakte, die ich schon lange nicht mehr gepflegt habe, gepflegt und habe mich sehr gefreut über jedes einzelne Kommentar. Also haben sich auch Leute gemeldet, die du lange nicht gesprochen hast und dann gesagt, Wahnsinn, was aus Denise geworden ist? Ja, definitiv. Warst du auch überrascht, dass sich wieder Verschollene gemeldet haben? Ja, über manche Nachrichten und Kommentare habe ich mich wirklich riesig gefreut, da ich sie wirklich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und man redet dann kurz, man schreibt wieder kurz und man hört den anderen wieder und das ist immer wieder schön. Also das Motto, Musik verbindet. Das stimmt. Immer. Und du hast hier damit auch einen Wunsch erfüllt. Du bist ja schon jahrelang leidenschaftliche Sängerin und jetzt war so der Schritt, wo du gesagt hast, ich möchte das auch mal für die anderen machen. Wie kam es denn dazu? Ja, prinzipiell wollte ich immer schon Musik machen. Ich war auch immer auf der Suche nach Bands oder nach anderen, um etwas gemeinsam zu machen. Es hat wirklich bis jetzt nie richtig geklappt, auch durch meinen Job als Krankenschwester. Man ist ja wochenends oft eingespannt und kann nicht immer frei zur Verfügung stehen für Auftritte. Dann habe ich die Jenny Fabredo kennengelernt bei einem Seminar, und zwar zur Raindrop-Technik. Witzigerweise sind wir zu zweit übrig geblieben und haben dann angefangen, über unseren Beruf zu sprechen und über unser Hobby zu sprechen und sind so auf das Thema Musik gekommen. Und so hat sich das dann entwickelt, dass ich bei Chelsea einen Song produziere, worüber ich sehr, sehr, sehr froh bin. Genau, Chef, ich muss mal sagen, die ich es ja nicht kenne, da ist ja nicht nur die Jenny Teil, sondern auch der Wolfgang Nathrak, die heute auch beim Honky Tonky Live dabei sind und als Produzentenpärchen und noch als privates Pärchen eigentlich gut zusammenfassen. Und jetzt seid ihr so eine gute Dreierbänder, denn ihr kommt ja weiter, oder alle drei aus Kapfenberg, und dann ist natürlich die Verbindung relativ groß. Und dann habt ihr das Gefühl, dass ihr euch schon Ewigkeiten kennt, obwohl das ja noch gar nicht so lange ist, ne? Ja, das Gefühl haben wir selber. Also wir sind auch privat sehr gut befreundet mittlerweile, und es ist wirklich sehr schön, dass man Privates und auch Berufliches quasi miteinander verbinden kann. Gut, jetzt gehen wir nochmal zurück zu Es geht um Liebe, deine aktuelle Single. Die Ideen, kamen die jetzt von dir zum Song, oder hat Jenny gesagt, ich schreibe dir was auf den Leib? Nein, da ich eigentlich null Ahnung hatte von Song schreiben oder wie man das Ganze so angeht, hatten wir diesen ersten Song natürlich Jenny Fabredo geschrieben, in Kombination mit Wolfgang Nathrak. Ich liebe diesen Song, ich bin sehr froh, dass sie ihn gemeinsam mit mir produziert haben. Konntest du dich ja irgendwie mit einbringen, hat dann Jenny gefragt, was sind denn so deine Gefühle zur Zeit, oder hat sie einfach gesagt, ich kenne die Denise schon so gut, ich weiß, was sie braucht? Also tatsächlich war es so, dass wir an einem wunderschönen Abend bei mir auf der Terrasse gesessen sind und uns gedacht haben, ja, wir ziehen jetzt einmal eine Englischkarte, und das Wort, das gezogen wird, kommt in meinem Liedtext vor. Und genau so war es, und das Wort war Vollendung. Und das kam jetzt vor? Das kommt in meinem Songtext vor. Du musst aber genau zuhören, welcher Strophe das vorkommt. Dann musst du genau zuhören. Jetzt habe ich jetzt die Gelegenheit, da mal reinzuhören und dann schreibe ich gleich weiter. Also wir hören genau hin. Das ist meine Musik. Schlagerradio.fm Schlagerradio. Das ist meine Musik. Die Debüt-Single von Denise Repolus. Es geht um Liebe. Und welches Wort sollten wir genau aufpassen? Vollendung. Und wer jetzt nicht genau zugehört hat, vielleicht kann man es ja verraten, wo es vorkam. Ja, in the bridge. Ja, okay. Und wie kam so das Video zustande? Ja, also Ideen durfte ich einfließen lassen. Und irgendwie ist es dann durch gemeinsame Zusammenarbeit entstanden. Jeder hatte so seine Ideen und die Hauptakteure waren natürlich Jelfi. Aber wir haben unsere Ideen einfließen gelassen und das ist dann in Zusammenarbeit. Ist man da auch nervös, aufgeregt, wenn sowas ist? Ja, klar ist man nervös beim ersten Videodreh. Hatst du es erwartet, dass es so kommt oder hat man gar keine Erwartungen, wenn sowas ist? Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte keine Erwartungen. Ich wusste gar nicht, wie so ein Video gedreht wird und es war wirklich sehr lustig. Es war ein schöner Tag und es war echt, echt interessant und spannend. Ja, und dann, wenn man das Video zum ersten Mal sieht, man weiß ja, ist es was gedreht worden? Wie war so deine Reaktion gewesen? Ja, es ist natürlich immer schwierig, wenn man sich selber sieht oder hört. Ja, gemischte Gefühle. Es war sehr komisch für mich, aber es hat mir von Anfang an sehr gut gefallen. Ja, es sind wirklich tolle Elemente drin und es ist eine wunderbare Geschichte. Man lernt auch deinen Mann kennen und dein Mann hat ja auch viel getan. Und er ist auch damit verantwortlich für das schöne Logo. E-Sinett, wenn man das anders sagt, ist sie nett, kann man ja auch dann fragen. Und ich glaube, Denise ist wirklich eine sehr, sehr nett. Wir haben uns auch schon ein bisschen kennenlernen dürfen. Und der Mann hat ja auch schon viel dazu beigetragen und mich auch unterstützt. Vielleicht kannst du kurz verraten, wo er da dir immer hilfreich zur Seite steht. Ja, mein Mann hat schon vor fünf Jahren zu mir gesagt, bring doch mal deinen Schlager raus. Und er hat mich immer unterstützt in meinem Vorhaben und jetzt ganz besonders. Also er fährt mit mir mit, er schaufelt mir meine Freizeit frei, er schaut derweil auf unseren Sohn. Ja, er unterstützt mich in voller Linie. Das stimmt, wenn du sagst, du bist krank. Das sind ja die Zeiten auch nicht so, dass man Montag bis Freitag wie im Büro sitzt. Du musst dann auch immer schauen, dass es dann auch passt. Noch ist es wahrscheinlich machbar. Aber wenn dann die Auftritte mehr und mehr werden, hast du vielleicht schon so einen Plan B, was du da machen könntest? Derzeit habe ich noch gar keinen Plan. Ich lasse das jetzt alles mal auf mich zukommen. Aber natürlich muss es dann irgendwann einen Plan B geben. Aber derzeit lässt es sich noch ganz gut vereinbaren. Aber ich würde sagen, du liebst ja deinen Beruf auch. Du bist ja Krankenschwester. Wirst du nicht aufgeben, oder? Nein, natürlich nicht. Also so ganz aufgeben möchte man seinen Job nicht. Das hat ja auch einen Grund, warum ich den Job gewählt habe. Du hast ja schon ein bisschen weiter geplant. Es gibt ja schon einen zweiten Song, den du auch heute wieder präsentieren möchtest. Der ist ja ganz persönlich, ja? Ja, der zweite Song ist das Hochzeitstaggeschenk gewesen an meinem Mann. Den habe ich selber geschrieben. Tatsächlich im Nachtdienst. War Zeit. Ja, da war gerade Zeit. Da habe ich den angefangen. Dann habe ich ihm Jenny zum Drüberlesen gegeben. Sie hat ein bisschen was abgeändert und wir haben ihn aufgenommen. Und er hat ihn am Hochzeitstag präsentiert bekommen. Ja, und da waren die Augen sehr groß. Hat er damit nicht gerechnet, der Christian. So heißt er dein Mann. Mein Mann rechnet prinzipiell mit allen Geschenken. Also er wusste es natürlich schon vorher. Ich bin da vielleicht auch nicht immer so sehr geschickt im Geheimhalten. Mir ist ein kleiner Patzer passiert bei der Probeeinstellung von meinem iPad. Er hat es leider aufgemacht. Und ich habe dann schnell auf Stopp gedrückt. Aber er hat sich trotzdem gefreut. Ja, aber ich habe schon mal größer, wenn es nicht so gewesen wäre. Aber das ist ja natürlich schön, wenn man dann mit sowas überrascht wird. Und wenn man so eine tolle Stimme und so eine tolle Frau in der Seite hat, natürlich umso mehr. Und du hast so ein außergewöhnliches Auto. Hobby, ich muss das mal kurz ablesen, weil ich das noch nie vorher gehört habe. Aber Krav Magar. Krav Magar. Krav Magar. Genau. Jetzt musst du uns aufklären, was das ist. Ich glaube, du kannst dich selber verteidigen. Das ist eine Nahkampfsportart quasi von Israel. Und ja, es dient zur Selbstverteidigung. Und ich bin da durch Zufall drauf gestoßen. Ich habe mit einer Freundin gesprochen, dass wir dieses Stay-Away ausprobieren möchten. Das ist quasi nur Frauen-Selbstverteidigung. Und ja, dann bin ich halt zum Krav Magar dazugestoßen. Das ist eine ganz liebe Gruppe. Ich gehe sehr gerne zum Training. Es ist auch schon quasi eine Einheit geworden. Und man findet Freunde und es ist dann immer wieder lustig. Ja, also Sport ist auf jeden Fall natürlich wichtig. Und man kann sich halt auch natürlich selber verteidigen, wenn irgendwie mal jemand kommt, der nicht so nahe kommen soll. Dann ist es natürlich auch auf jeden Fall eine gute Sache. Man hofft, dass man es nicht brauchen wird. Ja, aber es gibt ja immer Situationen im Leben, die man nicht unbedingt möchte, aber dann trotzdem kommen. Weil die hoffentlich nur weiter positive. Du hast ja noch gesagt, dass du ganz am Anfang stehst. Du bist jetzt noch relativ neu im Geschäft. Von was träumst du denn so im Bereich Musik noch? Ich habe mir vorgenommen, das alles auf mich zukommen zu lassen. Mir nicht so viele Hoffnungen oder Gedanken darüber zu machen. Ich warte jetzt mal ab, wie meine Songs so ankommen. Aber wenn ich das so sehe, Chelsea, bleiben auch an deiner Seite, ja? Definitiv, ja. Und bleibt auch in Richtung Bereich Pop-Stag, bei dem wir jetzt auch so können. Das ist der Plan. Ja. Wenn man so deine Auftritte sieht, da könnte man denken, Helene Fischer ist so dein Vorbild. Stimmt das? Ja, das stimmt. Du hast sehr viele Songs von ihrem Programm. Was ist denn so das Besondere für dich an Helene Fischer? Diese Frau fasziniert mich einfach. Sie ist top bei jedem Auftritt. Sie hat eine Wahnsinnsstimme. Und ihre Songtexte, ihre Lieder, ihre Showbühne, alles. Wenn man jetzt mehr über dich wissen will, wo kann man da was finden? Ja, auf meiner offiziellen Seite, auf Facebook, Denise Repolusk. Und auf meiner privaten Facebook-Seite natürlich ist auch ganz schön viel zu sehen. Ja. Okay. Wir werden das natürlich weiter verfolgen. Vielen Dank, liebe Denise. Gleich einen schönen Auftritt. Vielen Dank, lieber Lars. Dankeschön fürs Interview. Ja. Und natürlich weiter viel Erfolg für die nächsten Singles, also für die aktuellen Single, die wollen wir natürlich genießen. Und jetzt hast du dir noch einen Song wünschen, wir haben ja bisher nur ein Programm. Deswegen hast du jetzt einen Song zur Wahl. Ich darf mir jetzt einen Song wünschen. Du darfst einen Song wünschen. Ja, dann wünsche ich mir von Jelfi, was spricht denn dagegen? Dann nehmen wir doch den. Ja, bitte. Nichts. Und bevor ich den Musikwunsch für Denise fülle, würde ich nämlich noch gerne einen Einblick geben in den Honky Tonk, denn ich habe ein bisschen was vom Live-Auftritt mitgeschnitten. Ja, jetzt habe ich den Satz rausgebracht. Und zwar von ihrer aktuellen Single von Denise Repolosk, der Live-Mitschnitt. Es geht um Liebe und das war letzten Samstag beim Honky Tonk in Oberndorf bei Salzburg. So, als nächstes darf ich euch mein erstes eigenes Lied vorstellen. Die Veröffentlichung war gestern, produziert von diesem netten Pärchen da drüben von Chaffee Records. Ich freue mich, euch das vortragen zu dürfen. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Das heißt, es geht um Liebe. Danke. Danke. Ja, ja. Ja, ja. Ja, Denise Repolosk, das war letzte Woche live beim Honky Tonk in Oberndorf bei Salzburg. Eine tolle Stimme, tolle Ausstrahlung. Also alles Gute, liebe Denise. Und wie gesagt, downloaden, streamen und das Musikvideo auf YouTube immer wieder anschauen. Und dann können wir dann auch den Weg von Denise weiter verfolgen. Und an ihrer Seite, als sie im Interview verraten, wie auch an meiner Seite, bleiben immer Jelfi, Jenny van Brie und Wolfgang Natrak. Zwei wunderbare Menschen und natürlich auch Produzenten. So, von Denise gewünscht, von mir gerne gespielt, die aktuelle Single. Was spricht denn dagegen? Eigentlich nichts. Das ist meine Musik, meine Musik, Schlagerradio. Das ist meine Musik, meine Musik. Das ist meine Musik, meine Musik. Das ist meine Musik.